guten morgen leute wie geht's heute werde ich heute probiere ich meine auto reparieren zu lassen weil meine dieses gerät sicherheitsgerät funktioniert nicht richtig kann nicht entfernt funktionieren probiere mal hier funktioniert es hier aber ein bisschen entfernen und dann probieren wir noch nicht und sein ist nicht das ist nicht so weit von garage von auto und das funktioniert nicht dieses was wie ich weiß es pult funktioniert nicht ich kann nicht starten na ja es funktioniert aber nicht immer das ist ein problem ich muss es ich muss probieren dieses problem zu entfernen und lösen oder wie kann man sagen auf deutsch weiß ich nicht lösen lösen dieses problem lösen und bis bald endlich endlich jetzt muss ich ein bisschen warten damit auto wärmer werden und dann kann ich fahren alle leute noch einmal naja ich habe ein paar adresse gefunden wo man kann dieses gerät reparieren sicherheit für auto und da gibt es ein ort in der nähe von mein haus von mein haus und dort probiere ich heute meine auto reparieren lassen dann sehen wir wie es funktioniert oder nicht bis bald tschüss die ob wie is was ohne Naja das ist nicht so leicht ein Auto reparieren lassen weil man muss einen Termin haben und so weiter und so fort ja und einfache Leute arbeiten die ganze Woche und manchmal haben sie arbeitsfrei aber ja das ist schwer auch hier muss man einen Termin haben heute werde ich nicht ein Sicherheitssystem reparieren so probiere ich eine Geometrie machen für mein Rad linker Rad so probiere ich und bis bald ich fahre zur Werkstatt dort will ich eine Geometrie machen für Rad ein linker Rad wurde geschädigt das war ein Autoanfall im Sommer ein Rad wurde zerstört ich habe vergessen das Wort naja funktioniert jetzt nicht richtig und deshalb habe ich heute entschlossen und jetzt ist es nicht so leicht dort sind wir hier Dort zu fahren, aber ich muss es machen Da, 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 da! Was ist das? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 naja wir haben ein ergebnis dieses linke rad ist besser als früher ich habe schon vor zwei woche dieses auto reparieren gelassen und jetzt geometrie ist besser kann man fahren und das freut mich so sehr und mit geometrie das ende und jetzt muss ich nur diese sicherheit system reparieren naja bis bald jetzt werden wir mit dem vater ein laden besuchen mit mit verschiedenen autos gerätten details so sieht es aus ein kaufhaus für auto und Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Hier habe ich gekauft, ein neues Sicherheitssystem Das kostet 55 Euro Aber das ist nicht original Das ist eine Kopie, eine chinesische Kopie So sieht es aus Am Wochenende lasse ich dieses Sicherheitssystem ersetzen In meinem Auto Und dann werde ich glücklich sein So, danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit Peace, bye, tschüss